Ja Weil ich gerade keine guten Einfälle habe, ja wie immer, tippe ich nur irgendwelche Buchstaben in die Tastatur meines Laptops Vielleicht reimt es sich, vielleicht auch nicht Ich nehme einen Schluck Wasser aus dem Glas, welches sich auf meinem Schreibtisch niedergelassen hat Ich liebe Wasser, kaltes Wasser, doch beim Duschen bevorzuge ich warmes Wasser Ich wäre gern intelligenter, um einige Sachen zu kompensieren, die ich grad nicht verraten will Meine Mutter hat gesagt, ich soll mein Zimmer sauber machen, das klingt mir zu sehr wie ne Parole aus dem dritten Reich Alles klar, ich könnte immer weitermachen, wie ein guter Schneider bei Klapp-Mauten in Übergrüßen Wer diesen Track bis zum Ende hört, ist selbst schuld, nur weil ich diese Scheiße mache, muss man sie nicht anhören Geht mir alles sowieso auf den Sack, ein Haufen Geld für ein Haufen Scheiße ausgeben Nur weil manche sie Kunst nennen, spendet das Geld lieber Oder kauft meine Kunst Auf www.grupon.com